Hast du eigentlich Bitcoins? Ja, ein paar, aber ich hätte vor ein paar Jahren deutlich mehr kaufen sollen, dann stünde ich jetzt nicht hier, glaube ich, weil dann wäre man richtig reich. Es ist nämlich Geld, das aus dem Internet kommt und eigentlich nur als Datei existiert. Und trotzdem ist es sowas wie eine Parallelwährung geworden. Damit kann man ganz reale Sachen kaufen, wie Pizza, wie Socken. Man kann sogar damit seine Studiengebühren bezahlen. Und diese Währung wird sogar an der Börse gehandelt, mit riesigen Rekorden nach oben, aber auch mit riesigen Schwankungen nach unten. Das Internetgeld ist noch keine Konkurrenz zu realen Währungen wie Euro und Dollar, aber auf dem Weg dahin. Gräfestraße, Berlin-Kreuzberg. Der Kiez von Jan Goslicki. Hier kann der Start-up-Unternehmer das Geld auf seine Art ausgeben. Okay, willst du gleich zahlen? Ja, ich würde gleich zahlen, das wollen Bitcoins. Okay, 2,60 Euro. 0,004 Bitcoin. Okay. Die Bitcoins hat er auf seinem Handy dabei, in einem digitalen Portemonnaie. Beim Bezahlen scannt seine App den QR-Code des Verkäufers und das Geld fließt, sekundenschnell von einem Konto zum anderen. Selbst hier auf dem Bitcoin-Kiez akzeptieren nur wenige Läden die digitalen Münzen. Und doch sind sie für Goslicki die Währung der Zukunft. Es ist fürs Internet gemacht. Es gibt keine dritte Person, keinen Mittelsmann, keine Finanzinstitution, die dazwischen ist, die daran verdient. Es ist Peer-to-Peer bedeutet das, von Person zu Person, von Smartphone zu Smartphone. Ich brauche keine zusätzliche Hardware, ich brauche keine Karte, ich brauche auch kein Lesegerät. In der Bitcoin-Community sind alle User miteinander vernetzt. Findet ein Geldtransfer zwischen zwei Konten statt, kann das jeder Nutzer verfolgen. Wer dahinter steckt, ist jedoch ungewiss. Denn wer die digitalen Münzen erst einmal auf Online-Marktplätzen oder Tauschbörsen gekauft und ein Bitcoin-Konto angelegt hat, muss bei späteren Transaktionen keine persönlichen Daten mehr angeben. Sichtbar sind nur die Bitcoin-Adressen, kryptische Abfolgen von Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Wieso muss ich, wenn ich mit der Kreditkarte bezahle, meine ganze Identität im Internet preisgeben? Es ist eigentlich nur nötig, das Geld zu verifizieren. Ist das Geld echt oder nicht? Das reicht eigentlich für die Transaktion, das reicht auch dem Händler. Der Händler muss nicht wissen, wie alt bist du, wie heißt du, was ist dein Geschlecht, wo kommst du her? Anonymität als Anreiz. 12 Millionen Bitcoins fließen weltweit durch digitale Kanäle. Umgerechnet rund 8 Milliarden Euro. Peanuts im Vergleich zur Basisgeldmenge von mehr als 1000 Milliarden Euro, allein in Europa. Und doch haben Währungshüter weltweit ein Auge auf die digitalen Münzen. Das interessiert natürlich die Behörden. Man weiß nicht, wo die Leute sind. Man weiß nicht, wo diese Leute Steuer bezahlen. Und deswegen, wenn ich bei Betten Geld gewonnen habe oder bei dem Verkauf von irgendwas Bitcoins bekommen habe, brauche ich keine Steuer zu zahlen. Das ist völlig unreguliert. Geld, das durch unbekannte Kanäle fließt. Absender wie Adressat anonym. Keine staatliche Kontrolle, keine Zentralbank. Eine Einladung für Kriminelle? Erst im Mai dieses Jahres geriet ein anderes Bezahlsystem in die Schlagzeilen. Liberty Reserve sorgte für den weltweit größten Geldwäscheskandal. Die Online-Bank mit Sitz in Costa Rica wurde zerschlagen. Jedes Instrument, das mir Anonymität verschafft und auf diese Weise Geldzuflüsse ermöglicht, ist automatisch interessant, um sogar große Geldtransaktionen zu betätigen. Mit Bitcoins kann ich an einem Tag die Bitcoins kaufen, sofort transferieren, sofort wieder verkaufen. Und die Bitcoin-Wirtschaft ist mittlerweile einige Milliarden Dollar schwer. Das heißt, man kann schon eine Million Dollar ohne weiteres transferieren. Dem Bitcoin scheint das alles nichts anhaben zu können. Aktuell steht der Wechselkurs bei rund 1000 Dollar. Wer im Frühjahr in die digitalen Münzen investiert hat, konnte seinen Gewinn bis heute verzehnfachen. Noch schürfen Bitcoin-Nutzer weltweit mit spezieller Software nach immer neuen Bitcoins. Doch das wird immer schwieriger, je mehr digitale Münzen im Umlauf sind. Der Hintergrund, die Zahl der verfügbaren Einheiten, ist von vornherein begrenzt. Bei wachsender Nachfrage steigt somit der Preis. Doch starke Kursschwankungen und Negativschlagzeilen verunsichern die Interessenten. In Dänemark haben Hacker erst vor wenigen Tagen ein Bitcoin-Konto geknackt. Münzen im Wert von 780.000 Euro gestohlen. Wer dahinter steckt, weiß man nicht. Im Bitcoin-System ist schließlich jeder anonym. Und das Verrückte ist, das was ich gelesen habe, jeder kann sich so Bitcoins mit dem Computer errechnen. Das heißt, plötzlich rechnet mein Computer während ich schlafe und ich habe 3000 Euro auf dem Konto? Ja, ganz so leicht ist es nicht. In der Tat, der Computer rechnet, man braucht dafür spezielle Software und man muss die Bitcoins errechnen. Also die liegen nicht herum, man muss gucken, ist das ein Bitcoin oder nicht. Es gibt strenge mathematische Formeln und mit der Zeit wird es immer schwieriger, diese Bitcoins zu erstellen und zu errechnen. Deswegen ist es auch nicht so einfach, dass man einfach nur einen alten PC nimmt und lässt dann damit Bitcoins rechnen. Nein, man braucht sehr leistungsfähige Computer und deswegen ist es auch eine teure Angelegenheit. Man muss Strom bezahlen, die Hardware bezahlen, aber es gibt einige Menschen, die das machen, klar. Für wen lohnt sich denn das überhaupt, in dieses Geschäft einzusteigen und für Fynn nicht? Wer im Internet Geld ausgeben will, kann das natürlich machen. Man kann aber auch hingehen, wenn man nicht selber rechnen möchte. Man kann Bitcoins auch kaufen, handeln, wie eine ganz normale Währung. Und das ist zum Beispiel der Trend der letzten 48 Stunden. Oder wenn ich mir das letzte Jahr anschaue, dann sieht man noch deutlicher, wie sich es entwickelt hat. Bei über 1000 Dollar liegt der Bitcoin im Augenblick, hat gestartet Anfang des Jahres bei einem Zehntel. Also da kann man richtig Geld verdienen, wenn man rechtzeitig eingestiegen ist, kann aber natürlich auch Geld verlieren. Wie du. Wie ich. Wie du. Okay. Dankeschön, Jörg. Wir kaufen jetzt einfach mal Weihnachtsgeschoss.